Mein Auto, mein Flugzeug und mein Haus. Sie fahren die besten Autos der Welt. Sie fliegen die besten Flugzeuge der Welt. Und sie wohnen in den geilsten Häusern, die man sich vorstellen kann. Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Die Paläste, die sich diese drei Präsidenten mehr oder weniger privat zugelegt haben und immer noch bauen, können durchaus mit denen von Königen mithalten. Aber auch Angela Merkel hat sich ihre eigene Interpretation von Paläste zugelegt. Nachdem ich bereits in meinen zwei Videos über Staatskarossen und über das Transportsystem des US-Präsidenten die Welt von Merkel, Trump und Co. schon mal betreten habe, stelle ich euch in diesem Video die Paläste der mächtigsten Menschen der Welt vor. Doch bevor wir richtig losgehen, noch eine ganz wichtige Frage. Habt ihr schon ein Abo für meinen Kanal? Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um meine Arbeit zu unterstützen und natürlich, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und jetzt ist der Moment, wo das Video richtig losgeht. Also viel Spaß bei Betreten, Verboten, die Paläste von Erdogan, Putin, Merkel und Trump. Zu den Annehmlichkeiten im Leben eines US-Präsidenten gehört Camp David. Eine Erholungsanlage im Wald des US-Bundesstaats Maryland, ein Rückzugsort vom Regierungsalltag, ruhig und abgeschieden gelegen, aber repräsentativ genug, um Staatsgäste zu empfangen. Jimmy Carter verhandelte hier 1978 den Frieden zwischen Ägypten und Israel, Bill Clinton scheiterte 2000 am selben Ort mit dem Versuch, den Nahostkonflikt ein für alle Mal zu beenden und Barack Obama fuhr gerne hin. Donald Trump aber nutzt Camp David kaum. Zwar soll das G7-Treffen 2020 dort stattfinden, aber zur Erholung würde Trump wohl nie nach Camp David fahren. Denn der einstige Bauunternehmer und Reality-TV-Star hat sein eigenes, ganz persönliches Camp David. Es heißt Marilago, liegt in Palm Beach in Florida und bietet weit mehr als die typische Wochenendvilla eines Superreichen. Als Trump das 1927 fertiggestellte Luxusanwiesn 1985 kauft, drückt er mit seinem perfiden Plan den Preis unter den Marktwert. Er bringt erst das Grundstück im Osten des Anwesens in seinen Besitz, also jenen Teil, wo jetzt nur noch Rasen und Strand sind. Der direkte Zugang zum Meer. Anschließend droht Trump, den damaligen Besitzern von Marilago, den Mehrblick ihres Anwesens mit einem hässlichen Gebäude zu verstellen. Sie fürchten den Wertverlust und verkaufen. Es heißt, Trump habe 5 Millionen US-Dollar gezahlt und noch einmal 3 für die Inneneinrichtung. Ein Schnäppchen. Und in seinem Buch The Art of the Deal prallt er damit. Also Trump hat ein Buch verfasst. Und ich muss zugeben, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Den Link zum Buch habe ich euch unten in der Videobeschreibung eingefügt. Das Buch gibt viele Einblicke in die Arbeitsweise, Denkmuster und Ziele von Donald Trump. Ich empfehle das Buch jetzt allen von euch und auch selbst denjenigen, die ihn nicht leiden können. Dadurch wird einem klar, wie vernetzt und weit gefächert das Trump-Imperium ist. Und zu diesem Imperium gehört auch Donald Trumps Privatclub Marilago. Auf diesem Bild vom 1. Februar 2002 ist deutlich zu erkennen, dass das Anwesen auf einer Insel vor Palm Beach in Florida liegt. Und die Insel ist über eine Brücke leicht zu erreichen. Und hier ist nochmal ein Bild vom 2. Mai 2020. Da hat sich einiges getan. Und seitdem Trump der US-Präsident ist, kostet die Aufnahmegebühr für diesen Club 200.000 US-Dollar. Damit hat sich die Aufnahmegebühr mit der Präsidentschaft Trumps einfach mal so verdoppelt. Nach einer von unzähligen Renovierungen machte Trump 1995 aus dem Anwesen mit 118 Zimmern, Bibliothek, Fitnessräumen und dem markanten Pool unter Palmen einen Privatclub. Trump wollte mit seinem überdimensionierten Wochenend-Häuschen Profite machen. Und dieser Linie bleibt er auch als Präsident treu, als er, wie schon erwähnt, die Aufnahmegebühr einfach mal so von 100.000 US-Dollar auf 200.000 US-Dollar erhöhte. Kann man ja mal machen. 100.000 US-Dollar mehr oder weniger ist doch nicht die Welt. Investiert hat der US-Präsident durchaus richtig viel Kohle in sein Anwesen. Wo 2002 noch eine graue Lücke klafft, südlich des Haupthauses, ließ er 2004 einen neuen Ballsaal für festliche Anlässe errichten. Westlich davon liegen die Tennisplätze. Was die Frage aufwirft, ist Merillaro nicht eigentlich als Golfclub bekannt? Ja, richtig. Und tatsächlich lässt sich in der Mitte des Grundstücks zwischen den Palmen auch das Green eines Golfplatzes erkennen. Trump kann hier also das Einlochen üben. Der eigentliche Golfplatz aber liegt 10 Autominuten entfernt. Auf dem Anwesen selbst wird außerdem noch Crockett gespielt. Das Feld im Osten des Haupthauses ist auf der aktuellen Aufnahme gut zu erkennen. So ruhig wie es in Camp David ist, ist es in Merillago übrigens nicht. Das Anwesen, das Trump südliches Weißes Haus oder auch schon mal gern als Weißes Haus für den Winter nennt, liegt direkt in der Einflugschneise des Flughafens von Palm Beach. Apropos Flughafen, da fällt mir der BER in Berlin ein und ich habe da eine Idee für ein mögliches neues Video. Damit ihr meine zukünftigen Videos aber nicht verpasst, wolltet ihr daher unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und wo wir schon mal bei Berlin sind, lasst uns doch gleich mal den Palast von Angela Merkel bestaunen. Natürlich könnten die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer ins Kanzleramt umziehen. Doch die beiden wohnen lieber in einem Mietshaus. Das Haus am Kupfergraben 6 ist ein denkmalgeschütztes Mietshaus im Berliner Ortsteil Mitte des gleichnamigen Bezirks. Statt Berlin Mitte kann man auch gleich von Berlins Merkelschen Viertel reden. Auf dem Klingelschild der Nummer 6 sind neben Professor Sauer einige fantastisch klingende Namen zu lesen. Also Fantasienamen. Von oben nach unten gelesen heißen die angeblichen Mieter. Ganz, schön, lustig oder ganz schön lustig, oder? Also Merkels Bodyguards hätten es eigentlich lieber gesehen, wenn Kanzlerin Merkel in eine freistehende Villa gezogen wäre. Oder auch gleich in die Wohnung im Bundeskanzleramt. Kanzleramt. Nun wohnt Merkel noch immer in diesem schwer zu schützenden Objekt. Mitten zwischen Fensterfronten auf allen Seiten, riesigen Baugerüsten an den Museumsmauern gegenüber, massenweise Publikumsverkehr, Bussen und Baufahrzeugen. Mitten im normalen Leben dieses Quadratkilometers Berlin, von dem sie so wenig mitbekommt. Seit Angela Merkel Kanzlerin ist, wird sie umschlossen von einem engen Kokon des Schutzes. Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, Luftwaffe, Polizei, Objektschutz und viele Bolle. Ihr Leben, ihr Alltag, alles ist geprüft auf hässliche Szenarien, gerastert nach drohender Gefahr. Sie geht so gut, wie niemals einkaufen in ihrem Viertel. Sie geht hier nicht einmal spazieren. Sie verlässt frühmorgens das Haus und kommt spätabends wieder. Und doch weiß ganz Deutschland, dass sie hier wohnt. Der Job für Merkels Sicherheitsleute ist garantiert nicht einfach. Und für Merkel ist das auch nicht immer einfach. Der Job als Bundeskanzlerin ist ganz schön anstrengend. Wie macht sie das nur schon seit Jahren mit? Ständig irgendwelche Idioten treffen, reden, winken, lächeln, zwischendurch regieren. Selbst nach nächtelangen Verhandlungen und transatlantischen Flügen tritt sie wie Feuer vergoldet vor die Mikrofone und formuliert Druckreifes. Unergründlich wie eine Sphinx und unverwüstlich wie ein VW-Golf. Woher nimmt sie diese ungeheure Energie? Also Menschen, die solche Kraftakte stemmen, sagt man, sind in ihrer Mitte. Und Merkels Mitte liegt nicht in Berlin-Mitte, sondern gut 100 Kilometer weiter nördlich von der Hauptstadt entfernt. In einem Dorf namens Hohenwalde. Also Dorf ist da jetzt auch schon wieder ein wenig übertrieben. Eigentlich sind es nur eine Handvoll unscheinbarer Häuser an einer Straße, die sich sandig zwischen Wäldern und Feldern verliert. Früher nannte man das J.E.D. ganz weit draußen. Und wäre da nicht diese abweisende Mauer? Man würde nicht sagen können, in welchen der Häuser die Regierungschefin ihre Wochenenden verbringen. Ausrechnend eine Mauer. Die Dörfer der Ueckermark haben eine vielfältig ausgeprägte Zaunästhetik. Maschendraht, Schmiedereisen, Holzlappen, viele Jägerzäune. Auch vor Merkels Haus stand einst so ein putziger Jägerzaun, wie alte Fotos zeigen. Mittlerweile ist aber alles blickdicht. Manns hochgemauerter Klinker wechselt sich mit festverfugtem Holz ab. Die Fenster am Haus sind abgedunkelt wie die Kanzlerlimousine. Und apropos Kanzlerlimousine. Habt ihr schon mein Video über Staatskarossen gesehen? Da stelle ich Merkels, Trumps und Putins Limousinen vor und noch viele mehr. Doch zurück nach Hohenwalde. Dort hat Merkel mittlerweile eine kleine Festung. Mittendrin und doch unerreichbar für die Blicke neugieriger Besucher. Die kämen auch nicht weit. Gegenüber steht ein weißer Würfelbau, in dem Polizisten Wache schieben. Wenn Merkel die klotzige Kanzlerwaschmaschine des Regierungsviertels gegen ihre zweistöckige Datsche tauscht. Doch häufig ist der Würfel verpreist. Auch Personenschützer sind da nicht zu sehen. Die Regierungschefin muss dann mal eben die Welt retten. Beim G7 oder G20 treffen. Beim UNO-Klimagipfel. Oder wie zuletzt als Managerin der Corona-Krise. Es ist kaum zu glauben, dass eine Frau, die sich auf dem internationalen Parkett bewegt, ausgerechnet diese unspektakuläre Dörflichkeit macht. Oder ist es die Schlichtheit und Bescheidenheit als bloße Insiedierung? Zumindest arbeitet die Kanzlerin mit Bedacht an dem Bild, das sie von sich entwirft. Bei einer öffentlichen Diskussion mit weiflichen Publikum in Berlin sprach Merkel einmal über den Apfelkuchen, den sie in der Datsche backt. Im Bild der Frau offenbarte sie, im Hohenwalder Garten Kartoffeln zu ziehen. Aber kein Blumenkohl. Der braucht zu viel Pflege und ziehe zu viele Schnecken an. Für ihren Gatten kocht sie Eintöpfe. Klingt nett. Also ist Merkel eigentlich nett? Wisst ihr, wer auch eigentlich ganz nett ist und auch eine Datsche hat? Unser lieber Freund Wladimir Putin. Und damit geht's jetzt weiter nach Russland. So bekannt die Geschichten um Trumps anwesend sind. Ich meine, der Typ hat sogar in seinem Buch ein Kapitel dazu verfasst. Und den Link zum Buch habe ich euch unten in der Videobeschreibung eingefügt. Also so bekannt Geschichten zu Trumps anwesend sind, so unklar sind die Hintergründe der Urlaubsresidenzen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Etliche Gerüchte ranken sich um seine Datschen. Bis zu 20 Stück soll er haben. Also es wird mal Zeit, dass Putin auch ein Buch dazu verfasst. Besonders undurchsichtig ist die Lage bei einem Grundstück in der Nähe von Sochi. Dort steht eine besonders prächtige Residenz am Kap Idokopas mit Blick aufs Schwarze Meer. In den Medien und in der Literatur wird das Gebäude üblicherweise als Putins Palast und in russischen Medien gerne auch liebevoll als Putins Datsche oder Putins Landhaus bezeichnet. Also wie eine Datsche sieht das jetzt definitiv nicht aus. Eher sollte ich mal in Versailles oder im Vatikan anrufen und nachfragen, ob die dort nicht vielleicht ein paar Häuser vermissen. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters wurde die Anlage mit Steuergeldern gebaut, die eigentlich für die Modernisierung von russischen Krankenhäusern gedacht waren. Und ganz zufällig gelangte dann über Umwege und ganz merkwürdigerweise das Geld auf ausländischen Konten von Putins Petersburger Freunden, Wladimir, du alter Schlingel. Putins Palast soll knapp eine Milliarde Euro gekostet haben und befindet sich auf einem 74 Hektar großen Areal. Die Anlage verfügt über drei Helikopter-Landeplätze, ein Casino, zwei Theater und umfangreiche Sportanlagen. Das Areal ist von einer Mauer umgeben. Die Zufahrt erfolgt auf zwei Straßen, die mit Checkpoints gesichert sind. Es gibt auf dem Gelände eine Funkstation, eine eigene Wasserversorgung und einen Weinberg. Und ich dachte immer, in Russland trinkt man eher Wodka statt Wein. Also ein Unternehmer, der an diesem Megaprojekt beteiligt war, machte die Geschichte 2010 öffentlich. Putins Pressesprecher bestritt daraufhin, dass Putin etwas mit der Villa zu tun habe. Schließlich 2011 berichteten russische Medien, dass ein Geschäftsmann das Anwesen dann für 250 Millionen Euro gekauft habe. 250 Mille ist doch echt billig, oder? Dieses Bild hier stammt vom 12. Juni 2010. Das nächste Bild ist neun Jahre später entstanden, am 18. Juni 2019. Wie die Aufnahme von 2019 zeigt, gehen auch auf dem Gelände selbst die Bauarbeiten weiter. Auf der Allee, die zur Villa führt, wurde eine Art Barockgarten angelegt. Nördlich des eigentlichen Anwesens, wo 2014 noch Hubschrauber-Landeplätze zu sehen sind, ist nun eine Baustelle. Aber steckt wirklich Putin als eigentlicher Nutzer der Villa dahinter? Es gibt einige Indizien, die die Gerüchte weiter befeuern. So bekam der italienische Architekt Lanfranco Cirillo, der das Anwesen geplant hat, von Wladimir Putin höchstpersönlich die russische Staatsbürgerschaft verliehen. Außerdem wird die Anlage vom föderalen Schutzdienst FSO bewacht. Das sind genau die Bodyguards, die für die Sicherheit des russischen Präsidenten und der russischen Regierung verantwortlich sind. Dass das die besten Bodyguards Russlands sind, fiel auch einer Gruppe von Umweltaktivisten auf, als diese versuchten, sich Zutritt zu Putins geheimen Anwesen zu verschaffen. Unter anderem kritisieren die Umweltschützer den neuen Yachthafen, der auf der aktuelleren Aufnahme am Fuße der Villa zu sehen ist. Er sei ohne jede Genehmigung ins Meer gebaut worden. Für Bauprojekte ohne Genehmigung hat sich Putin womöglich von Erdogan beraten lassen, denn der kennt sich damit bestens aus. Und deswegen geht es jetzt weiter mit dem türkischen Präsidenten. 1.000 Zimmer, Wände aus rotem und grünem Granitstein, Verzierungen im osmanischen Stil. Türkische Medien beschreiben den neuen Amtssitz des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als Prachtbau. Aksaray, also weißer Palast, nennen die Türken das Gebäude nahe der türkischen Hauptstadt Ankara. Genau am Geburtstag der Republik Türkei beite Recep Tayyip Erdogan 2014 seinen umstrittenen, potzigen neuen Präsidentenpalast ein. Er ist Amtssitz und Residenz des türkischen Staatsoberhauptes. Als Erdogan drei Jahre zuvor 2011 den Bauauftrag gab, war er selbst noch Premierminister der Türkei. Dann zeichnete sich jedoch ab, dass er kein viertes Mal Regierungschef werden durfte, woraufhin er sich entschloss für das Präsidentenamt zu kandidieren. Vielleicht um ganz einfach selbst in den neuen Punktbau einzuziehen. Der Plan ging dann auch auf. Seit dem 28. August 2014 ist er der zwölfte Präsident der Türkei. Und somit ließ sich Erdogan mehr oder weniger ganz offiziell einen neuen Amtssitz bauen. Und nein, es ist keine Sommerresidenz wie bei Putin oder Trump. Und schon gar nicht das seltsame Wochenendhaus der Bundeskanzlerin. Nein, Erdogan hat richtig fett geklotzt und definitiv nicht gekleckert. Wie dieser Aufnahme vor Baubeginn zeigt, hat Erdogan den Palast nicht einfach mitten in die Landschaft besetzt. Man sieht kleinere Häuser, es sind landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, im Norden liegt sogar ein Park zum Spazierengehen. Es handelt sich hierbei um das Gebiet der Waldfarm im Westen Ankaras, ein Naherholungsgebiet, das Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk 1925 errichtete, und später dem türkischen Staat überließ. Weil das Gebiet daher unter besonderem staatlichen Schutz stand, waren Erdogans Baupläne von Beginn an umstritten. Gerichtsurteile und ein verhängter Baustopp konnten die 2011 begonnenen Arbeiten jedoch nicht stoppen. Der Präsident ignorierte sie und ließ das Naturschutzgebiet kurzerhand zum Baugebiet erklären. Mehrere Gerichte und zuletzt das oberste Verwaltungsgericht der Türkei urteilte im Mai 2015 dann schließlich, dass der Bau nicht rechtens sei und verwarf die grundsätzliche Baugenehmigung. Da war es allerdings schon viel zu spät, weil der Palast ja schon längst 2014 fertiggestellt war. Rund 1000 Zimmer hat der umgerechnet 270 Millionen teure Palast, Axerei, der nicht nur als weißer Palast übersetzt werden kann, sondern im übertragenen Sinne auch reiner Palast. Der Palast ist damit so rein wie Erdogans Weste, dem seit jeher Korruptionsvorwürfe und Amtsmitzbrauch vorgeworfen werden. Einen unterirdischen Fluchtweg soll es auch geben, außerdem einen abhörsicheren Bunker, der Schutz vor Bomben und Chemiewaffen bietet. Das Grundschub empfasst Berichten zufolge 210.000 Quadratmeter und das Gebäude selbst eine Wohnfläche von 40.000 Quadratmeter und damit so viel Fläche wie insgesamt sechs Fußballfelder. Erdogans neues Domizil ist damit größer als der Buckingham Palace, größer als der Elysee-Palast in Paris und über das mickrige weiße Haus in Washington brauchen wir erst gar nicht zu reden. Der neue Palast ist eine von vielen baulichen Machtdemonstrationen Erdogans. Das Gebäude verkörpert, was er für sich und die Türkei beansprucht. Wieder eine Großmacht zu sein, anknüpfend an das Osmanische Reich. Man habe daher architektonisch auf osmanische und seltsukische Elemente geachtet. Ankara sei schließlich eine seltsukische Hauptstadt, erklärte damals Erdogan mit Bezug auf die Vorgänger der Osmanen. Leider ist das historisch ganz schön daneben, weil Ankara wurde erst mit der Ausrufung der Republik 1923 Hauptstadt und damit 729 Jahre nach dem Untergang der Selçuken. Naja, wollen wir das jetzt mal nicht so genau nehmen mit den Jahreszahlen. Immerhin stimmte ja das Jahrtausend. Diese Aufnahme hier stammt vom 1. September 2003 und zeigt noch die alte Waldfarm. Doch wie diese Aufnahme vom 10. April 2020 klar macht, interessiert Erdogan wenig die besondere Bedeutung des Geländes für die türkische Bevölkerung. Das eigentliche Palastgebäude liegt in der nördlichen Hälfte des Geländes. Bekannt geworden sind vor allem die Bilder der kostümierten Kämpfer historischer Türkstaaten, die Erdogan bei einem Staatsempfang auf der Treppe hinter sich aufreihen ließ. Zu dem Palastkomplex gehören Gästehäuser und ein Kongresszentrum. Und wer genau hinschaut, erkennt dann noch die Minarette der Moschee im Südosten des Geländes. Also in so einem überdimensionierten Palast mitten im Nirgendwo wird es auf Dauer auch einem Erdogan langweilig. Und so hat sich unser lieber Freund gedacht, noch mehr süße kleine Häuschen in der Türkei zu bauen. Ähnlich wie sein Kumpel Wladimir. Neben dem neuen Präsidentenpalast bei Ankara, einem weiteren Amtssitz in Istanbul und einem Sommerhaus am Mittelmeer, plant er nun eine weitere Residenz in der eher dörflichen Gegend um den kleinen Ort Ahlat in der ostanatolischen Provinz Bitlis. Vielleicht hat ihn auch Antis Datsche dazu inspiriert, denn was Angela kann, kann Erdogan auch. Und die sich fahren ja beide auch Mercedes. Das auserkorene Grundstück liegt direkt am Westufer des Vansees, des größten Sees der Türkei. Und diese Aufnahme vom 21. Mai 2009 zeigt deutlich, dass Ahlat eigentlich ein ruhiges Städtchen war. Doch dann kam Erdogan auf die Idee, dort eine weitere, völlig überdimensionierte Residenz zu errichten. Und diese Aufnahme vom 11. Juli 2019 lässt vermuten, dass die Bauarbeiten noch in vollem Gange sind. Auf dieser neueren Aufnahme ist gut zu erkennen, dass zusätzlich Sand aufgeschüttet wurde, damit ein Stück Land vor dem Haus in den See hineinraten, etwa für eine Terrasse. Auch die Umrisse eines Gartens und eine breite Aufwand auf der anderen Seite des Gebäudes lassen sich bereits erahnen. Das neue Palais soll eine Wohnfläche von genau 1071 Quadratmetern haben. Das hat einen Grund. Erdogan will mit dem Bau ein Denkmal für eine wichtige Schlacht der türkischen Geschichte setzen. Denn in Malarsgirt, rund 50 Kilometer nördlich von Ahlat, besiegten die seltschukischen Türken im Jahr 1071 ein Herr der Byzantiner. Damit begann die Eroberung Anatoliens und der Zerfall des Oströmischen Reiches. Der Vollständigkeit halber sei aber an dieser Stelle erwähnt, dass das seltschukische Reich nicht von langer Dauer war. Bereits 1141, also 70 Jahre später, erlitten die Seltschuken bei der Schlacht von Samarkand eine vernichtende Niederlage und versuchten ab dann vergeblich, das Seltschukenreich wieder zu errichten. Also ob das mal jetzt auch kein schlechtes Omen ist. Und ich hoffe, dass der Architekt sich nicht verrechnet und ein Palast mit einer Wohnfläche von 1141 Quadratmetern baut. Also 2018 kündigte Erdogan sein neues Vorhaben an. Die Aufnahme von 2019 zeigt jedoch, was auch jüngste Berichte aus Ahlat bestätigen. Fertig ist die neue Residenz noch lange nicht. Von allen vorgestellten Palästen muss ich zugeben, dass ich Trumps Anwesen irgendwie am attraktivsten finde. Viel Sonne, der Strand ist gleich um die Ecke und bestimmt gibt es da auch irgendwo eine gute Five Guys Filiale. Wo würdet ihr denn gerne wohnen? Welche Unterkunft wäre denn so ganz nach eurem Geschmack? Sollen sich Staatsoberhäupter überhaupt zu teure Luxusanwesen leisten, obwohl es bereits repräsentative Anwesen wie das Weiße Haus, den Kreml oder das Bundeskanzleramt gibt? Schreibt gern unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und wenn ihr jemanden kennt, dem meine Videos gefallen könnten, dann teilt doch dieses Video mit dieser Person und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis bald, euer HP. DEIN 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 Bis zum nächsten Mal.